Homs im November 2014 Talal Al-Bharasi, der Gouverneur von Homs, packt Konflikte mit beiden Händen an. Und Konflikte gibt es in Homs jede Menge. Erst vor wenigen Tagen hatte Al-Bharasi den UN-Sondervermittler für Syrien, Stéphane de Mistura, empfangen und ihm Teile der Stadt gezeigt. Der UN-Diplomat zeigte sich fassungslos. Waren Sie in Homs? fragte er Journalisten bei seiner kurzen Pressekonferenz später. Haben Sie das Ausmaß der Zerstörung gesehen? Haben Sie das Ausmaß der fürchterlichen Zerstörung einer schönen Stadt gesehen? Ich war schockiert und fühle mich sehr betroffen. Als die Mistura in der schwer beschädigten Khalid Ibn al-Walid Moshe seine Schuhe ausziehen wollte, wie es üblicherweise in muslimischen Gotteshäusern getan wird, winkten seine Begleiter ab. Erzählt einer der Ingenieure, die vom Ministerium für Religionsangelegenheiten mit der Restaurierung beauftragt ist. Hier wird nicht gebetet. Hier ist eine Baustelle, meint Marstens Lehmann und führt durch das Gebäude. Zwei Jahre könnten die Arbeiten dauern, sagt er. In den letzten Wochen hätten die Aufräumarbeiten in und um die Moschee begonnen. Die verbrannten Bäume im Park wurden gefällt, der Müll weggeräumt, die Steine von zerstörten Mauern und Simsen liegen ordentlich sortiert auf dem Vorplatz der Moschee. Ein zertrümmeter Brunnen wurde abgetragen, in die Kuppel des Gotteshauses ragt ein Gerüst empor. Zerstört ist auch das Grab des Ibn al-Walid, der hier beerdigt gewesen sein soll. Hinter der Moschee erstreckt sich das Viertel Raldieh, dessen Häuser durch den Beschuss der syrischen Armee und den Kampf, den sich bewaffnete Gruppen mit dieser lieferten, komplett zerstört sind. Das Einzige, was in der Stille zu hören ist, sind Vögel, die in einem Baum zwitschern, der den Krieg wundersam unbeschädigt überstanden hat. Das andere Geräusch, das zu hören ist, kommt von Motorrädern, die über die unbefestigte Straße durch die Häuser gerippet davonknattern. Nur zögerlich kehren die Menschen in die bedrückende Ruinenlandschaft zurück, obwohl die Versorgung mit Strom, Wasser, Kochgas und Telefon wieder gut funktioniert. Die meisten haben kein Geld, um ihre Häuser zu renovieren, sagt Samir Kabak. Der sich um das Familienhaus kümmert, in dem er und drei seiner Brüder jeweils eine Etage besitzen. Trotz Ankündigung habe die Regierung bisher kein Geld für den Wiederaufbau gegeben, sagt er leise. Was sollen sie auch machen? Überall ist diese große Zerstörung und die Regierung hat kein Geld. Wir haben aufgehört, auf finanzielle Hilfe zu warten. Immerhin hätten 30 Läden in seinem Viertel Hamidieh wieder geöffnet. Doch die Preise seien sehr gestiegen. Allein die Mieten seien dreimal so hoch wie vor dem Krieg. Nach dem Winter, im Frühling vielleicht, würden mehr Familien zurückkehren, sofern die Lage stabil bleibe. Heute leben vielleicht 2000 Menschen wieder hier. Früher waren es 50.000. Es ist Mittagszeit. Die Straßen, die zum Jesuitenkonvent in Busten al Divan führen, füllen sich mit Menschen. Immer größer wird die Menge, die mit Taschen und Töpfen zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs sind, um sich bei der Tafel der Jesuiten eine warme Mahlzeit zu holen. Täglich kochen die Jesuiten mit der Hilfe von Anwohnern für 1200 Menschen, erklärt Pater Michel Daoud, der den Konvent seit der Ermordung von Pater Franz van der Lugt leitet. In der Küche stehen große Töpfe gefüllt mit Reis und Linsen, in einem anderen Raum stehen Schüsseln mit Weißkohlsalat. Ein Name nach dem anderen wird aufgerufen und die Leute können Töpfe und Schüsseln füllen, die sie anschließend in Plastiktüten oder Taschen verstauen, um sie nach Hause zu tragen. Zumeist sind es ältere Leute, die sich auf Bänken und Stühlen auf dem Innenhof versammelt haben und geduldig warten. Manche der Frauen sind mit, andere ohne Kopftücher gekommen. Christen und Muslime kommen zu uns, sagt Pater Michel. Hier gibt es keinen Unterschied zwischen den Religionen. Mitessen kann jeder. Auch die Soldaten vom nahegelegenen Kontrollpunkt tragen ihre gut gefüllten Schüsseln davon. Finanziert wird die Speisung vom Jesuitischen Hilfsdienst, der auch in Aleppo arbeitet. Mit dem Geld, das der Konvent für die Speisung erhält, werden Essen und die Helfer bezahlt. Einmal wurde das zunächst auf drei Monate befristete Projekt bereits verlängert. Ende November läuft die Hilfe aus. Niemand weiß, wie es weitergehen soll. Woher die Mörsergranate kamen, die am vergangenen Wochenende direkt neben einem Waisenhaus in einer Moschee in Al-Wa'ir, einer Satellitenstadt im Westen von Homs 1, schlug weiß niemand. Doch Lehrer und Betreuer der 60 dort lebenden Jungen und Mädchen bereiteten umgehend die Evakuierung vor. Der Einschlag sei während einer Unterrichtspause gewesen, erzählt der zwölfjährige Mahmoud. Er habe Jüngeren geholfen, in den Essensraum zu laufen, wo die anderen schon gewartet hätten. Mit zwei Bussen wurden die Kinder in ein neues Waisenhaus gebracht. Neben den großen Betten haben Helfer Matratzen und Decken ausgelegt. Jedes Kind soll seinen eigenen Platz zum Schlafen haben, sagt die Direktorin des Waisenhauses, Budur Jandalier. Die Jungen sind im dritten Stock, die Mädchen im vierten Stock untergebracht. Wir möchten nur, dass es endlich Frieden gibt und wir wieder normal leben und zur Schule gehen können, sagt eines der Mädchen. Können Sie das in Deutschland nicht bekannt geben? Karin Leukefeld, Homs